So, da 16 Qualifikationen jetzt schon da sind, kommt das Ende vom Video doch schon heute und nicht erst am 1.8. Das Achtelfinale muss am 30.8. eingereicht werden, sodass ihr genügend Zeit habt, um fette Lines zu schreiben. Wer gegen wen battlet, wird am Mittwoch, dem 29.06.2016 bekannt gegeben. Ähm, bepunktet wird folgendermaßen. Es gibt 20 Punkte für den Float, 20 Punkte für die Technik, also für die Reime, 50 Punkte für die Punchlines, das all Battle-Turniers und... ...einfach, die ihr den Gegner zu ficken müsst. Ähm, dann gibt's noch 10 extra Punkte, die mit dem, oder derjenige mit dem besseren Gesamtpaket bekommt diese Punkte. Ähm, und den werde ich persönlich aussuchen und werde das natürlich auch noch begründen. Ähm, ein Video ist weiterhin keine Pflicht und wer Bonusrunden bringen möchte, soll mir diese mit dem Betreff Bonus senden. An die E-Mail-Adresse futurfob.gmail.com Ähm, das heißt, eine Bonusrunde ist zum Beispiel einfach nur ein Song oder sowas. Es muss nicht unbedingt ein Battle sein, kann's natürlich. Es muss einfach nur irgendwas Cooles sein auf Deutsch natürlich und Rap. Ähm, ja, ich... Ja, ich hoffe, dass es ein geiles Battle wird und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Haut rein! Ja, ich hoffe, dass wir uns am Mittwoch wiederholen können. Ja, ich hoffe, dass wir uns am Mittwoch wiederholen können.